Das ist mein Name. Welche weiß du? Oh, doch. Oh, das ist mein Name. In welchem Jahr? In 30. Jahr. Sie hat gehend, jektor Bovisch, z' Gymnasie, und ihr Lehrer von Literatur ist Gewinn Mosche Kulback. Wo ist Gewinn die Gymnasie? Ich kann nicht erklären, Herr Fizzer. Wird sie geheißen, weil es steht da, humanistische Gymnasie, ich gewinne aus Serien. Nein, es ist ein Wilner, jüdische Realgymnasium. Nicht Afrudnitzkergast? Afrudnitzkergast. Ah, Afrudnitzkergast. Das ist ein ausloses Bild von allen Schülern von 30. Jahr, was umgehendig die Realgymnasium. Und das ist die erste zwei Reihen, seinen die Lehrer. Zwischen sie ist der Poet Mosche Kulback. Und der Direktor vom Gymnasium ist Gewinn Torbojic. Die Mama hat ja mal erzählt, ob es wegen der Gymnasie? Ja, es ist der Poet Mosche Kulback. Er hat sehr nicht gewollt, der zählen, er lehnen seine Lieder auf jüdisch. Aber Rhythmes, die Rhythmes, er fliegt zunächst in eine Sekunde. Die Schülern speziell fliegen, zogen, zah, 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 zah. Und er hat in etwa eine Sekunde gemacht ein Lied mit den Wörtern. Könntest du auch wissen, welche ist die Mama? Die Mama ist meine Mama. In der vierten Reihe, die ist von rechts. Die zweite, weil das ist der erste und das ist die zweite von rechts. Wie viele Jahre hast du studiert, Doktor? Die ganze Zeit, die von der nächsten Klasse bin ich in Ende. Wie viele Jahre? Das ist zehn Jahre, zehn Jahre von 20 Jahren.